Jean Asselborn, der Außenminister von Luxemburg. Ich danke Ihnen, dass Sie uns die Tür zu Ihrer Heimat Luxemburg so weit aufgemacht haben, dass ich eigentlich gleich noch ein bisschen bleiben möchte. Danke für Ihre Einsichten und Ansichten zu Europa und zur internationalen Politik. Und wir verabschieden uns mit der Musik eines Mitarbeiters aus Ihrem Ministerium. Das ist der luxemburgische Pianist Patrick Krämer. Wie passt das denn nun noch zusammen, der Pianist und der Außenamtsangestellte? Das ist ein junger Mensch, der bei uns in der, wie sagen wir das, die Rezeption arbeitet. Und wo ich durch einen Zufall gesehen habe, dass er sehr gut Musik spielen kann. Er hat mir CDs geschenkt. Und ich glaube, das ist auch für ihn eine Freude, dass Sie Radio Bremen diese CDs spielen. Aber Sie sehen, es ist gute Musik. Und aus Luxemburg verabschiedet sich Ulrike Petzold. Eddie, sagt man doch hier. Eddie. Eddie, Herr Asselborn. Eddie, merci, Madame Petzold. Doe ist eine Musik. O위 viい. » Die Musik. » Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020